Heute ist der zwölfte dritte 2019 Und ich war zu Besuch auf dem Engelberg, habe das Kloster Engelberg besucht und den naheliegenden Pfaffenbrunnen. Ich lade Sie herzlich ein zu einer spirituellen Reise zum Engelberg bei Großheubach. Ich lade Sie, wie ich es hier bin. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020